hallo und willkommen zu einer führung war es sollte wollen wir noch gucken dass wir noch mal eine kuppel hinbauen dass wir die quasi pausieren können und die der arbeiter hier oben hinschicken dass die leute von hier oben auch in der elektronischen fabrik arbeiten können sonst alles weil wir irgendwann abhauen wieder wegen heimweh und so ja das auf jeden fall war der lauf nebenbei dann sind frage bauen wir also ich könnte auch einfach noch mal die riesen gruppe daneben bauen oder was sind hier überhaupt zu bauen noch weil sich ganz ehrlich die verbraucht einfach rein vom verbraucher doppelt so viele ressourcen plus anstatt betreuung baut der poli mehr auf ihre poli mehr seit die einfachste ressource zu bekommen sagen was eigentlich nur sind die großen koppel noch zu bauen und würde jetzt irgendwie die seite doppelt so groß wie die verbraucht doppelt so viel wenn es nur doppelt so groß wäre aber wie drei mal so viel verbrauchen würde würde ich sagen für die nutze ja gar nicht aber eigentlich so ja schon der werte zu bauen hast du das ding um abreißen und eben ist er reißt es auch ab ja so wir bauen wir die jetzt hier oben dann warum wir die da bauen wir die jemals hin und kann die nämlich da oben ich bin auch nicht daran noch mit arbeiten auf jeden fall tun wir deswegen nachdenkst du weiter schwierig vom vom ding der vom weg her aber wir bauen wir oben echt es ist aber landet das gruppe ist aber auch kaputt gegangen stück was man hat so auch mal sagen 20 pro mehr haben wir mit teil haben wir beton haben wir alles dafür also geht es wieder start bereit dass wir ja nicht so gut 4,8 weil die nur ingenieurwärts und arbeiten das ist ja schon mal besser als sonst und zwar gerade eben so bei zwei oder so das reicht es an sich wenn wir immer so viel produzieren dass wir gerade eben so ein plus sind wenn er was bauen würde ich brauchte davon was dann kann ich mir das immer bestellen aber hauptsache die wir gleichen die wartung aus das reicht mir also ja eigentlich da ist auch schön wenn wir sowas ein bisschen was nach produzieren sich immer was bestellen müssen an sich aber das ist echt nicht das problem der scheiße die ist auch nicht mehr miteinander verbinden können hier weil ich könnte ein bisschen kann aber das ist nicht mehr da da steht jetzt das träger könnte ich sonst hier doch noch eine kuppel dem bauen dann weg ausbauen in die kuppel dann weg raus in die kuppel das ding ist ja woanders sind obwohl er könnte sie oben noch hinbauen können wir sagen von hier nach oben platzieren dass ich frage in der kuppel überhaupt hinpasst eine kleine du bist die kleinste kuppel von der theorie herne ich würde das schon wahrscheinlich rein passen da habe ich nur so ein mini da war da oben ich habe die ganze kuppel jetzt alle mal miteinander verbunden das alles abreißen das alles darum die brauchen wir erstmal wieder fünf folgen um das alles nach oben zu transportieren von der theorie her kann ich da wenigstens schon mal anfangen bis wir das in zukunft machen können so warte mal ok quasi eins über dem stromkabel ist die grenze warum ist das jetzt wieder ausgeblendet also eins über dem stromkabel wäre quasi so die grenze dann müsste der stromkabel wahrscheinlich auch nochmal umlegen mach ich jetzt auch machen wir das mal zuerst dann quasi ab warte ne nicht du auch nicht du du ab ich brauche dich ab da machen wir es quasi hier rum da kann man auch unter dem stromkabel denkopf das finger anhalten weil ich weiß wo ich bauen muss ja das schwächer nicht so so irgendwie so ungefähr und dann einfach runter bam müsste ungefähr passen ja passt so ein bisschen metall wie explodiert wenn ich wolland echt dass wir echt so viel metall machen das verbraucht nicht so viel wie ich mir gedacht habe am anfang ich finde vielleicht noch eine zweite ressource machen sollen oder so weil das ist die einzige ressource durch mein geld verdienen kann und die braucht man trotzdem noch um noch mal sachen herzustellen das finde ich ein bisschen blut gemacht hätte lieber noch eine ressource mehr machen sollte man abbauen kann dass ich wir haben ja mit wir brauchen ja ein metall abgut mich halt allgemein hätte man vielleicht machen wir brauchen nicht mit anderen eisen und dann gibt es noch kupfer so und dann machst du halt aus kupfer macht elektronik teile macht ja wir sind so und die eisenteile machst du brauchst du dann halt für das dann hast du deine edelmetall noch extra zu verkaufen oder was hat noch extra links bei dem katze da ist edelmetall das dann gibt es noch diamanten oder so die verkauft man dann und explodiert die dann ebenso in der art und weise so das ist gelegt das heißt wir können das stromkabel abreißen du stehst noch nicht dafür etwas was ist überhaupt die lager zu bauen macht ja eigentlich viel mehr sind einfach nur die universale aber zu bauen dafür alles drin gelagert werden kann wir passen und 30 von dem rein dass das ding dazu beton oder so ein bisschen scheiße dann doch noch von dem lager wieder ein und treibstoff noch mal ein zweites lager lager so das war ja quasi das ganz aber da so reinbauen und so komische kuhle da ist das kabel einfach er hat das kabel ein enger gebaut für das bessere lösen beim besten ja ich werde nur bis hier und wenn ich baue das kabel doch echt darunter dann habe ich genau das stück hier was ich gebauen kommt dann verkehrt deswegen ist es nicht so genau da quasi jetzt runter bauen und dann reicht das so dann lager eigentlich bauen will warum nicht hast du es in die großen lager deswegen ich habe hier noch gar nicht was hat wie viel größer die nachher sind die kosten aber etwas hat ich habe ich auch strom kostet oder so sei scheiße denn ich weiß ja so ein kleines lager haben weil sie abgesehen vom beton und der treibstoff er wird ja dann wahrscheinlich nicht vollkriegen also von daher somit halde to bam beton zweimal die das andere lager einmal bauen da will meinetwegen auch wieder ein paar universale das ist falsch weil meinetwegen passiert nicht mehr kurz weil wenn der ist ganz weiter beton produziert dann dass das beton aber herrschwie erfolge vor die sagen und überhaupt weggelegt haben das macht er nicht so viel sind so weiche stehen geblieben bei den elektronik teilen also bei dir gut gut machen wir haben zweites treibstoff den passen ganz gut eigentlich so dieser lager warum jetzt denke ich das so bau ist noch ein platz mit der kuppel ja außer da guck mal kurz recht die kuppel darunter jetzt noch also was noch easy wir brauchen jetzt aber noch drei baue ich jetzt fünf universale haben nicht unbedingt das ist das nicht warum klatschen ich das jetzt voll die ganz ehrlich ich reiß das wieder ab wir warten jetzt erstmal bis die anderen lager voll hau mit dem zeug ist das einfach übelst dumm ich finde aber dass die priorisiert sein müssen über die das die nur vollgepackt werden weder wir keine anderes lager einfach nur verfügung steht das ist so einfach komplett dumm das haben wir das lager schon wieder voll fahrt auf weiß das teil ab hat das weg das weiß man auch alles ab alle weg mit den ganzen arbeit weg 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 so du auch jetzt weg die plattform unter gefühlt hier das ist ein baum ist die frage was ich mir noch ein bisschen was ja was rum liegt oder nicht und sie kann es auch alles darum liegen jetzt von der theorie das gleiche was reinbauen also ich muss auf jeden fall so viel platz lassen dass ich dann nachher noch den weg vorbei bauen kann müsste also passend sind ja doch eigentlich müsste jetzt hier vorbeikommen können und dann da rein oder nicht ganz ehrlich glaube ich brauche es lieber nicht so knapp ich glaube das glaube ich passt oder wieder ein stück höher das ein bisschen mehr platz ist oder eine kurve bauen müssen oder sonst was wo wir lieber hier oben hin hier ist auf jeden fall dass man alles auf jeden fall passt da nichts mehr am lager ran jetzt so machen wir das glaube ich sollte hoffentlich aber passend kommt was ich habe keine nahrung mehr stimmt weil hier unten aber kein schwein arbeitet in diesem ding dann aber ich habe also nicht genug arbeiter ich muss das hier oben aktivieren quasi und ich wollte so machen warum kann ich hier nicht verschiedene schichten anmachen hallo warum kann ich die schicht hier anmachen warum kommt das automatisch und her aber ich die dinge ach das ist pro schicht er macht man die schicht aber weizen ganz ehrlich deckungsfernsehen die haben auch mal bekommen ist aber nur wahrscheinlich mit der bogenqualität besser wird sie sehen irgendwo überhaupt 50 prozent plus 40 sich vielleicht erst mal auf 100 hat bleibt ja wahrscheinlich auf 100 natürlich mal die und dann mache ich hier einfach sagen wir mal hier bei plus 30 prozent arbeiten die ja ich habe die schicht immer nicht anmachen der arbeit aber alle tun dass ich vor mir sich schichten hier nicht anmachen kann versteht nicht so ganz aber hey und dann hast du auf jeden fall trio und habe trotz kein schwein drinnen cool das hat ich gar nicht geachtet jetzt kommt bei 100 keiner wirklich mit der arbeit in der oder aber nicht auch nur zwei ich habe aber nur zu viele neue einwohner wurde ich habe das gefühl keine ahnung bestimmt immer so viele einwohner wie zu dem zeitpunkt als ich hier nur die dass sie hatte ist natürlich ein unterschied ich hoffe mal dass sie sich abhauen dann haben wir die nächste ernte in nulz holz also heute oder was das ist ernte 0 tja aber wenn man arbeiten als ganz viele leute tonne auf jeden nicht unbedingt reingehören egal so haben sie kopieren weil ich werde immer noch übel zu beton oder das beton dass ich dann noch weiter tun dass eine beton da wo es unser kommand und wir hier man steht ja schon nach der hälfte da oben ist das ist ähnlich von da bis dahin der wendig vielleicht kann man das nicht mehr vorfällig ist ich würde ich ja verbauen die könnte sich bauen weil die ganzen materialien dann noch liegen was lassen wir versteht das hier so komisch aber ist sein geschätzt dass das ist statt dass sie rein liegen wie doof dass er übersehen und das ist er wie doch das ist ein dründer in dem radios und das ist ja auch damit reinziehen der werde und schwach sind das auch ein treibstoff daran die tun da irgendwie treibstoff irgendwie auf dem boden oder so wo gar nichts ist eigentlich naja vielleicht macht es auch gerade aber nur damit dass er hier rauskriegen achte ich habe noch zehn nahrung was wollte eigentlich ich könnte aber sonst schnell ist vielleicht schon zu spät dafür aber einfach so unter nahrung holen 25 ok ich brauche eine rakete aber heute machen solche wieder fürs kinder in griffen des entes oder so aber hat jetzt alle abhauen ist ein sehr großes problem wir verarbeiten die auch schon nicht mehr weil die hunger haben wie es aussieht hoffen was die aber hier wenigstens weiter arbeiten die ernte war auf jeden fall gab es wieder 28 ein paar leute können wir versuchen gerade das hat schon steht immer noch ein bg hat noch haben zu viel treibstoff leute wir mal eine weile haben müssen wir mal ein bisschen weniger treibstoffe haben das kann das zeit und reinbauen das weiter weil ich bin so dumm ist ja komplett vergessen ich wollte habe ich habe die oka kuppel da oben er hingebaut wird die abbausieren können aber ich habe extra das teil gebaut dass wir damit leute wohnen lassen können wieder arbeit das ist richtig dumm oh mein gott bin ich doof wir können neue sachen forschen das kostet mir das zeit in der einzubauen und warte um vier poli mehr wir wollen auch für zahlreiche kolonisten dankeschön da unten stehen ja wohl um 32 hoch wird sagen so schön ist mir das nicht dafür viele trotzdem aber diese abseits ist es glaube ich trotzdem besser wenn er einfach aus ist ist gefühlt aber trotzdem besser die kacke jetzt mal jetzt weg stemmen ich werde schatten also da kann man nicht die heimweh haben wir haben zwar der hunger wir haben alle tot aber es kann man nicht im sinne von die wollen nach hause nachher gelandet ist dass er alle einsteigen damit wohl leben aber ansonsten so ein die band die kuppel dann mal schon mal miteinander verbinden ja so warte oh mein gott ich kann in deutschland doch eigentlich abreißen bin ich dumm oder was bereiche abreißen oder die kann ich anscheinend abreißen oh mein gott ich kann ich sagen dass ich da immer kurz nicht daran denkt dass ich das nicht abreißen kann das kommt einfach weil das eigentlich gefühlt so was selbstverständlich ist dass man gebäude abreißen kann deswegen vergesse ich jetzt aber kurz wieder 1 d aber zu können wir den einsteig abreißen den tunnel wo man muss nur ist kein strom mehr wo ist unser kabel was ihr gesagt der kabel ist jetzt verstorben weil ich das durch abgerissen habe macht sinn dankeschön dafür spiel es aber bei kabel abgerissen das was da lag weil die drucker abgerissen hat das macht ja gar keinen sinn das war eigentlich hinten das kabel das kann er von hier quasi das habe ich hier unter ihr hingelegt eigentlich das hat ich mir das scheitere gesetzten schalter in geburt ein kabel ist jetzt gerade aber nicht hier ist auch kein kabel mehr warum kann kein kabel bauen doch das ist ein kabel von dem schatten oder warum hast du kein strom und strom weil ich verberge ich ruhig beruf dass das kabel auf dem schatten und du hast keine strom mehr weil das strom über die kuppel in die kuppel das systeme reinkommen okay dann ist alles gut ich habe gerade sagen so was aber das ist echt der schatten ist echt genau auf dem kabel hier sieht man noch ganz gleich so ein weißen rand wir schauen mal was jetzt hier so funktioniert so dahin nein kommt aber immer kommt da noch vorbei dann aber ich wusste nicht dass der eingang hier als das ist quasi blockiert enge kurve dann kann ich da reinbauen da guck mal ob wir von da aus dann unten hinkommen es war ein bisschen komisch aus aber hey so kurve kurve und da vorbei tötet ja wie besser wenn du einfach darum baust ich war dann kann ich aber auch versuchen so sie sind ein bisschen eigenartig aus aber das sind die ganzen kuppeln quasi auch noch weg sind die ganzen kuppeln alle nachher verbunden wenigstens durchgang also ich will die durchgänge für dass wir hier bis ein blöd gelöst dass man sich aber dieser ausgänge benutzen kann also es ist ein bisschen naja so die dinge haben ja auch glaube ich dass die werden schnell gebaut doch schon 32 beton drinnen im teil instant wo es sich hat alles rum das ist nicht so schwierig dass er hinzubringen dann baut aber schon 32 dran ist das geht alles im bach runter schluss das ist ja auch kein wasser mehr da vielleicht ganz so schlau alle einwohner hauen ab da wurde er mir alles hinter der fuß der gar nichts mehr schläpp das beton darunter weil ich kann noch mal transporter holen transporter sagen wir das beton ein ja heute einladen entladen gogo der weg ist mein da der auch jetzt müssten die ja eigentlich dadurch dann auch da und mit verbunden sein wir immerhin du das wartung gut ich habe noch 13 davon ist es wohnert stehen das tut er hungern oh gott das rakete ist der halt stopp das nahrung lande rakete schnell nein nicht für kummer aber wenn man sie nur und hau nicht ab nein ich will es gar nicht sehen nein für die mission in gefahr ach quatsch das hat ein paar leute aussortieren wie starken überleben so versorgt meine leute wieder mit nahrung co dann müssen auf jeden fall gleich eine zweite farme einbauen weil es irgendwo können wir ja die schichten ja ich weiß nicht warum das so ist arbeit schlicht umschalten links links ja aber passiert nichts haben wir nur da dann steht das versteht ja nicht so ganz warum ich da nicht mehr schichten reinwatschen kann ob das aber wegen der farm so ist macht ja wie kein sinn noch bei einer farm nur eine arbeiten wir brauchen auf jeden fall schon mal eine neue farm hier oben rein verwirrt lebenshaltung farm wir brauchen nahrung bis auf jeden fall mal gucken dass wir entweder und nach oben auf die pflanze mit rein batschen aber da wahrscheinlich am anfang oder so ja da wo die kartoffeln sind denn also dass wir nicht gleichzeitig pflanzen anbauen und bein teilen sowas heißt da pflanzen kartoffeln trio so die hunger werden weniger bisher sind nur fünf stück gestorben wir haben nur fünf wohnplätze mehr als vorher das ist noch alles im rahmen selber ja nicht mehr lange ich hoffe mal dass die beiden farm ist ausreichend die vollbetrieb sind dann sehen sie beide nicht mehr hungern ob das genug ist aber eben ein klick das weg und das kommt aber drei sekunden später wieder er hatte das ist das da oben sechs leute bei der nahrungskrise ein lager ist voll das ist doch noch oder hat das lager voll das labert er das haben wir teilt aber das lager von den typen an sich ist aber voll und das könnte ja nicht rausschleppen weil die gerade etwas anderes hier machen die ganze materialien hinterher stellen wir ok 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 man 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 was ein chaos hier aber sollte jetzt hoffentlich alles im griff sein wir gucken wenn man sich haben das glaube ich hoffentlich an keiner mehr hungern doch immer noch keine beobachten ob wir jetzt immer noch mehr oder weniger bekommen oder wir also spät zu sagen wenn wir 20 nahrungs und sollte noch mal eine rakete holen und auch eine farme erbauen ich hoffe mal das reich ist mit zwei farmen die kriegen beim nächsten mal 45 rein und die sie sind sind und jetzt mal das bessere bogen qualität der war mehr fahren bringen als bei 50 prozent über 17 also ich hatte mal selber 100 prozent bei 34 werden oder nicht von der theorie so drei haben noch die funktionieren nicht du funktionierst grad nicht du auch nicht gut ich habe die ganze leute seine farben alle drinnen beschissen weil ich habe doch immer noch so viele arbeitslose eigentlich nicht ich habe keine arbeitslosen mehr er war durch das ganze koppel miteinander verbunden sind sollten sich ja trotzdem noch irgendwie alle jetzt wir auch nicht da waren wir so scheiße geworden oder die verschiedene zeit eben nicht angeschlossen waren du bist nicht wahrscheinlich sagen wenn wir erstmal wieder regenerieren okay das heißt wir brauchen jetzt mehr wohnraum der wieder und ja auch mehr wohnraum und mehr und mehr kolonisten für immer noch viel mehr arbeitsplätze einfach so haben wir jetzt 34 da ist aber auch 33 gute was wir alle hunger hatten da kriegen wir dann bei 43 wieder wir brauchen jetzt erstmal wieder leute vorher brauche ich ja keine neue farm bauen für mehr nahrung ansonsten kriegen da wieder noch mehr arbeiter rein da gehen nachher wieder das ganze gebäude nicht aber was ein chaos hier ich denke erstmal wollte ich ja eine wohnung bauen um die unten einfach zu pausieren und die also dem plastik unten auszuschalten dann müssen auch dich erstmal noch bauen dass du unten wohngebäuse erstmal ist wichtig das machen wir noch kurz hier das heißt wir bauen hier machen wir einfach das geht hier nicht rein wegen den scheiß tun denn hier ich denke das stimmt das passt auch nur gerade eben so kann ich noch einen dreier da haben drei aber hier oben kommt ja er geht es schon mehr wegen den gebäuden personen kompletter tun raus und jetzt den geschickt auch bald dann gab es dich schon mal da rein und ich da rein wenn wir das für zwei felder da egal das war die beiden stehen können wir die unten quasi ausschalten die arbeitet mit welchen schichten und damit der unschicht okay da haben wir auch schon mal hier oben nochmal ein paar mehr arbeiter wo die meisten hier unten wohnung wahrscheinlich immer rentner sind neue technologie können erforscht werden das hatten wir dann auch schon einmal mal ne oh wir haben hier mittlerweile alles okay aber da kommt mir nächste folge das war es auf jeden Fall erstmal für heute dann vielen Dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschau